ja hier die mittagspause nach 15 uhr 73 ist hier aus Nussbach vom Vesperpenklen wie gesagt wir sind ja jetzt hier verteilt am Kniebiss Alexanderschanze drüben Zuflucht und Tulpe steht am Schäfersfeld Löcherberg und jetzt schauen wir mal ob wir die Station Einsamer Wolf erreichen kurze Achtung kurze Achtung die Station Lassie 01 ruft die Station Einsamer Wolf kurze Achtung die Station Einsamer Wolf hier für die Zuflucht Einsamer Wolf bitte melden break over standing by konntest du Signale von dem Einsamer Wolf aufnehmen dann mach ich zurück negativ 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 ja ich bin ja heute auch unterwegs ich hatte versucht den Einsamer Wolf in Sigma zu kriegen kurz Achtung kurze Achtung die Station Lassie 01 ruft die Station Einsamer Wolf kurze Achtung die Station Einsamer Wolf hier für die Zuflucht Einsamer Wolf bitte melden break over standing by auf dem Schliffkopf da rufen wir mal rüber also cheerio bye jetzt kommen die Erntehelfer die Erntehelfer Mädchen hoi CQ CQ hier ruft der Einsamer Wolf den Bergfunkkanal 26 Fox Mike den Bergfunkkanal 26 FM wersammend Schwimmer borste 1 3 2